Oh mein Gott! Komm schon! Diese verfickten Pisser, Mann! Ich hab... Ja! Ich hab's natürlich gewusst, ja? Mirage schon wieder, das ist doch das gleiche wie letztes Mal, Mensch, hey! Ich werd einfach ganz anders kommentieren jetzt. Hallo Erwachsene, ich weiß, was bei euch abgeht. Achtung, wie ich's jetzt fick... GATE BITCH! Alter Verwalter! Äh, 29! Ich hab 29 gekillt damit, mit dem... mit dem... Waffe. Yeah! Show! Show, this is a... What the fuck are you talking about? Ja, bleib doch! Irgendwie! Achso, die Animation war nicht da. I'm planning the bump! Guck mal, die Schuhe, oh Gott, die sind doch mal gut aus, so, hä? Das sind doch richtig gute Schuhe für so'n Krieg. Wohin forse, Mann? Das ist halt Multifrog! Weißt du, woher geschicht? Wie viel AP hat er noch? Drei, komm ich mach an den Tod, damit er erlöst ist, oder? Alter! Yeah! Pit, Pit. Weiß doch nicht, was das mit Pit zu tun hat, ihr Dödel. Just wait, wait, wait! Wait! Maybe. Good job! Minus hold to one, go in! No, that was smart. Thank you. Ja, ich weiß, ich weiß, das hab ich so'n bisschen drauf, dieses Abwarten, das hab ich so'n bisschen drauf. Ihr wisst euch wahr drauf, bis die ersten Fanarts von euch kommen, wenn ihr mich malt und ich dann irgendwie so aussehen, wie so ein Spass, weil ich immer so, guck. I can't see anything on B. I think this is free. This is B is free. Oh mein Gott, wie ich ihn gerade noch so gehört hab. Fick der Kacke, fick der Kacke. Bum! I think they're too, bruh. You have right. You're absolutely right. And so, what do you want? Tell us with that information. I'm Russian if I want to, because I'm so dumbo-blah. Go! Ich hab ihn dort gemacht und früh genug weggeguckt, weil ich es halt einfach druf hab bei so manche Sache. Ich hab gar nicht die Bombe! Nein! Leute, Leute, lasst ihr doch kommen. Don't be so greedy, yellow. Please don't do it. What color am I? I'm green. If I talk about green, it's me. Can you drop me, please? No. Can you drop me, please? No. Er hat eine bekommen, keine Sorge. Ich fake auf A auch, okay? Macht ihr das mal da hinten doch mit eurem Späßchen. Der Onkel geht jetzt hin und macht das mal richtig fettig Schicht. Ah, die Awe. Ah, Connector. Nein! Du verdammter Ficker. Er war die ganze Zeit da unten rumgestanden. Ich bin so behindert. Was mach ich mit meinen Granaten immer? Hör doch auf, Killer. Böser. Böser Mann. Ich wollte halt da hinten smoken, was eigentlich so blöd ist, weil da meine Mates herkommen. Dann müssen die auf den Smoken und sehen die Leute auf dem Spot nicht. Aber trotzdem wollte ich smoken, damit ich auf den Spot gerade nicht habe. Ich habe gerade auf den Tisch gehauen. Kamala, es verrutscht. Warte mal so. Es ist nur noch einer. Hopp, ihr zwei schafft es. Es ist nur so ein Hopper-Dolch. Äh, ein Hopemensch. Oh mein Gott. Er hatte noch etwas Hoffnung, dass da niemand ist, der gerade die Smoke geworfen hat. Er dachte, sie wäre einfach so geboren im Boden. Aber hm. Ich sage es mal so. Hör mal zu. I just came. Ich habe einen gekillt und dann sind irgendwie alle auf einmal einfach gestorben. Badua. Bö. Badua. Ab wann kauft man sich Ding neu? Äh, Rüstung? Ab 70, gell? Oder ab 30? Ich glaube, ab 70. Also bin ich jetzt völlig richtig. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Bam! Bam! Ich habe so einen happy Triggerfinger. Ich bin trigger-happy. Oh ja. Block mich in den Tod. Scheiß Fernseher, Junge. What are you? Was ist dem? Ich habe gerade meinen Kugelblitz gesehen. Ha! Ha! Oh! I don't know why. But I'm bad. Der Bänger. Der Bänger, der ist so ein richtiger Gangbänger, wisch? Geht auf so Partys im Alterheim. Wow! Oh my God! What the fuck, bre? Lass ihn mal kommen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Komm, ich smock noch kurz den Spot für uns. Hat er für mich. Dann gehe ich gerade mal der Truppe fangen. Ich habe AWP. Und das ist okay. Yeah! Yeah, yeah, yeah! Komm mal, mit dem Baden. 4 Sniper ist sehr gut. Aber 4 Sniper sind echt ein bisschen viel. Hat er schon recht. Zu viel für die Gegner, bitch! Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Es ist nicht nur ein Tür-Tür-Tür-Tür-Tür-Tür. Ja, du weißt, oder ein Auto-Tür-Tür-Tür. Oh mein Gott! War da nicht 100 Millionen prozentig hier mein Mate? Oder war der auf kurz? Habe ich mich so hart verguckt? Ich war zu 100% sicher. Das ist mein Mate. Dann werde ich angeschossen und ich denke mir, das ist mein Mate, der auf mich schießt. Dann schießt er mich nochmal an und ich denke mir, what? Mein Mate schießt zweimal auf mich. Oh Mann, der ist doch nach hinten weggegangen, der Kollege, durch Apartments. Und ist dann da irgendwo stehen geblieben, oder nicht? Alter, wie wir sie zerficken mit den AWP's. Abnormal. Es ist wirklich abnormal, wie die gefickt werden. Wenn man einen AWP-Spieler hat, die halt auch AWP spielen können. Und dann so viele, ey. No chance. Ich habe immer noch die AWP von Kings and Navidad. Von vor 100 Millionen Runden. Oh, vielen Dank, ihr Pisser, Mann. Nein. Mates. Oh, es war bei euch, mir das keiner angesagt hat. Die sind doch durch die Connector durchgegangen, die Kollegen. Just go B, Baby. B, sie kommen nicht wirklich B. Ich raste auch. Oh ja, oh ja, das ist B. Ja, sorry. Fuck. Wir werden das B aus dem Mothafucker getrunken. Mit der Pump kommt um die Ecke. Warum gehen wir aber auch rein? So sieht ein glückliches Eichhörnchen aus. Bitter. Bitter. Mal mache jetzt mal die Eko, die sich gewaschen hat, okay? Erst wasch du den do, dann wasch du den do, dann wischi wasche du mich. Let's give it to them boys. Das passt zum Waschen, oder? I'm gonna rub your back. Warum gehen wir so weit vor? Ach so, ja, Eko. Dann machen wir das mal richtig Dampf da, ne? Da, in dem Kessel. Was? Ich habe ihm 59 gegeben. Er dreht sich um und geht mit seiner Pump auf die Entfernung. Wie viel hat er mir gegeben? 132. Auf 80 Kilometer Entfernung. He must be a fucking Shader. Unbelievable. Unbelievable. Was? Die haben bessere Ärsche als wir und sie scheuen sich nicht, sie zu nutzen. Nein! Wollt ihr mich hier gerade verarschen, Mann? Aber naja, die Teamleistung zählt ja, weißt du? Und ich habe schon einiges dafür gemacht. Ich habe insgesamt 46 Damage gemacht. Ohne diese enorme Anzahl, ja, an Schaden, wäre dieser Mann gerade eben nicht umgefallen. Können wir eine Eko machen, Leute? Können wir anscheinend nicht, doch ein bisschen. Es ist Eko, Purple. Purple, hey. You don't play with us anymore. Go out. Go out of this room and play with your Hello Kitties or something like that. Just play with them. Under the bus. Dump down apartments. Nein! Let's do this, guys. Let's do this. Steps on B. Nein, warum werde ich immer gefickt, Mann? Ich bin recht gut dabei, fick ein paar und dann kommt so ein Bock und meint, er muss mich ficken. Nice. Haben wir schon. Oh, guck mal, ich habe eine Sanddüne gefunden. Vielen Dank, wir zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.